Hallo du, schön, dass du beim zweiten Video zum Jahresabschluss angekommen bist. Hier geht es um den Abschluss des GUV-Kontos. Du kannst dich noch erinnern an die Reihenfolge. Die zeige ich dir hier noch einmal ganz kurz. Und zwar erinnerst du dich bestimmt, dass es am Anfang um den Abschluss der Erfolgskonten ging. Das hast du im ersten Video bereits kennengelernt. Im Anschluss geht es immer um den Abschluss des Gewinn- und Verlustkontos und im dritten Schritt der Abschluss der Bestandskonten. Diese Reihenfolge bleibt immer gleich. Und in diesem Video jetzt geht es um den Abschluss des Gewinn- und Verlustkontos. Wir holen am Anfang ganz kurz noch einmal aus. Das Eigenkapitalkonto, da erinnerst du dich bestimmt, das hast du bereits kennengelernt, wird vermindert durch die Aufwendungen, die in deinem Unternehmen passieren. Das heißt, es werden Werte verzehrt und dieser Werteverzehr führt dazu, dass das Eigenkapital vermindert wird. Genauso führen aber auf der anderen Seite Erträge dazu, dass das Eigenkapital vermehrt wird. Das passiert dadurch, wenn Werte geschaffen werden im Unternehmen, wenn du zum Beispiel deine Produkte erstellst, herstellst und dann auch verkaufst. Nun ist es aber so, dass die Aufwendungen und Erträge, wenn ich die ständig im Eigenkapital hier eintragen würde, dann würde es ein ganz großes, unübersichtliches Chaos geben. Deshalb hat man die Aufwendungen und Erträge in einzelne Konten gesammelt. Und dann, du erinnerst dich an das erste Video, hat man die ganzen wieder zurückgeführt auf das Gewinn- und Verlustkonto. Auf der Soll-Seite wurden die Aufwandskonten gesammelt und auf der Haben-Seite die Ertragskonten. Und Aufgabe des Gewinn- und Verlustkontos nach diesem Sammeln der Aufwandskonten und Ertragskonten ist es eben nun, auf das Eigenkapitalkonto wieder abzuschließen. Das heißt, dir ist jetzt bereits bekannt, auf welches Konto das Gewinn- und Verlustkonto abgeschlossen wird, und zwar auf das Eigenkapitalkonto. Aber das Gewinn- und Verlustkonto hat noch einen weiteren Grund, eine weitere Berechtigung dafür, dass es da ist. Und zwar sagt mir das Gewinn- und Verlustkonto auch noch, wie gut ich gewirtschaftet habe und ob ich einen Gewinn oder einen Verlust erzielt habe. Denn stell dir Folgendes vor, du hast über das gesamte Jahr hinweg Aufwendungen und Erträge gehabt und am Ende des Jahres sammelst du nun auf dem Gewinn- und Verlustkonto die Aufwendungen auf der Soll-Seite und die Erträge auf der Haben-Seite. Und wenn du nun wie in diesem Beispiel hier siehst, dass die Aufwendungen kleiner sind als die Erträge, dann weißt du nun am Ende des Jahres, dass du insgesamt einen Gewinn erwirtschaftet hast. Also immer wenn Aufwand kleiner als Ertrag ist, dann ergibt sich ein Gewinn oder Reingewinn, nennt man ihn auch. Es kann aber natürlich auch die andere Situation entstehen, dass sich die Aufwendungen mit einem wesentlich höheren Betrag zu Buche geschlagen haben als die Erträge insgesamt. Und wenn das der Fall ist, wenn die Aufwendungen größer sind als die Erträge, dann habe ich leider einen Verlust erwirtschaftet. Also immer wenn der Aufwand größer ist als der Ertrag, dann erziele ich leider einen Verlust oder einen sogenannten Reihenverlust. Nun sehen wir uns aber den Abschluss des Gewinn- und Verlustkontos ganz konkret an einem Beispiel. Du siehst hier, so könnte es aussehen, wenn die ganzen Konten der Aufwendungen und das Ertragskonto abgeschlossen sind bereits und so nun also auf dem GOV-Konto zu finden sind. Ich habe dir hier aus dem ersten Video nochmal die ganze Reihenfolge abgebildet. Wir werden das jetzt aber etwas zügiger durchgehen. Der erste Schritt ist wie immer, schau nach, welche Kontenseite die größte ist. Das ist hier in diesem Fall die Haben-Seite mit 7500 Euro. Wenn ich das ermittelt habe, ziehe ich anschließend meine Summenstriche. Da ich diesmal weiß, dass auf der Soll-Seite noch ein Betrag eingetragen werden muss, weil ja die Haben-Seite wertmäßig größer ist, lasse ich also für meine Summenstriche noch ein Stückchen Platz, damit ein Betrag noch hinpasst. Anschließend trage ich die Kontensumme ein, das auf beiden Seiten und jetzt kommt das Berechnen des Saldos. Erinnere dich, der Saldo ist die Differenz zwischen den beiden Kontenseiten Soll und Haben. Auf der Soll-Seite habe ich bereits insgesamt bei den ganzen Aufwendungen für Rohstoffe, Fremdbauteile, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe insgesamt einen Betrag von 5000 Euro stehen. Und jetzt als Differenz zu meiner Kontensumme habe ich dann also 2500 Euro als Saldo ermittelt. Und jetzt wisst ihr aus der Folie vorher bereits, auf welches Konto GUV abgeschlossen wird, und zwar auf das Eigenkapital. Dementsprechend ist Eigenkapital mein Gegenkonto hier für diesen Konteneintrag. Jetzt ziehe ich am Anfang schon die Abschlussstriche und die Buchhalternase noch, bevor wir zum Gegenkonto kommen, denn da wird es nochmal interessant. Jetzt schauen wir uns das Gegenkonto Eigenkapital an. Das Eigenkapital könnte so aussehen, mit einem beliebigen Anfangsbestand vom Beginn des Jahres. Und jetzt ist interessant, auf welche Kontenseite dieser, hier in dem Fall Gewinn, gebucht wird. Du kannst es dir schon denken, auf die Haben-Seite. Und warum kannst du es dir denken? Es hat zwei Gründe. Zum einen handelt es sich eben um einen Gewinn, und ein Gewinn vermehrt mein Eigenkapital. Und mein Eigenkapital-Konto nimmt eben auf der Haben-Seite zu. Außerdem kannst du es dir noch merken, dass das Gewinn- und Verlustkonto ja auf der Soll-Seite bereits berührt ist. Und aufgrund unserer Buchungslogik Soll-Anhaben muss also das zweite Konto jetzt auf der Haben-Seite berührt werden. Dementsprechend tragen wir den Saldo von 2.500 Euro, unseren Gewinn, auf die Haben-Seite im Eigenkapital-Konto ein. Das Gegenkonto ist das Konto GUV. Dann fehlt noch der Buchungssatz. Und da kannst du dir schon merken, dass der Buchungssatz zum Abschluss des Kontos GUV bei einem Gewinn immer so aussieht, und zwar GUV an Eigenkapital, hier mit dem entsprechenden Betrag von 2.500 Euro. Auch der Buchungssatz ergibt sich wieder aus unserer Buchungslogik. GUV wird auf der Soll-Seite berührt, Eigenkapital auf der Haben-Seite. Entsprechend muss der Buchungssatz GUV an Eigenkapital heißen. So, das wäre aber nur die eine Situation, denn es kann natürlich im Gewinn- und Verlustkonto auch noch eine andere Situation herauskommen. Du erinnerst dich an ein, zwei Folien vorher. Hier in dem Fall haben wir leider mit unseren Fertigerzeugnissen nicht ganz so viel erwirtschaftet diesmal. Wir haben nur 4.500 Euro insgesamt eingenommen. Das bedeutet, diesmal ist meine wertmäßig größere Seite leider die Soll-Seite. Ich ziehe also wieder meine Summenstriche an der Stelle. Diesmal brauche ich keinen Platz freilassen, denn ich weiß, auf der Haben-Seite habe ich noch genügend. Ich ermittle meine Kontensumme und trage sie ein. Das sind 5.000 Euro, die sich diesmal aus der Soll-Seite ergeben. Die übertrage ich auf die Haben-Seite und nun berechne ich meinen Saldo. Und da ich 5.000 Euro als Kontensumme auf der Soll-Seite habe und 4.500 auf der Haben-Seite, bleibt ein Saldo von 500 Euro übrig. Auch hier weißt du wieder, dass das Gegenkonto das Eigenkapitalkonto ist und jetzt kannst du dir aus der linken Seite bestimmt auch schon herleiten, wie jetzt dieser Verlust gebucht wird, nachdem die Abschlussstriche und die Buchhalternase gezogen sind und jetzt das Eigenkapitalkonto hier eingeblendet wird. Es passiert auf der Soll-Seite. Das hat auch wieder zwei Gründe. An diesen zwei Gründen kannst du es dir merken. Einmal, es handelt sich diesmal um einen Verlust und ein Verlust schmälert mein Eigenkapital, vermindert es und ein Eigenkapitalkonto nimmt eben auf der Soll-Seite ab und außerdem ist das Konto GUV bereits auf der Haben-Seite berührt worden. Also muss jetzt auf dem anderen Konto, das noch beteiligt ist, eben das Eigenkapitalkonto, die Soll-Seite berührt werden. Also haben wir hier die 500 Euro Saldo, mein Verlust, der übertragen wird. Das Gegenkonto ist das Konto GUV. Und dann siehst du auch für den Buchungssatz bereits, dass der Abschluss des GOV-Kontos bei einem Verlust genau andersherum aussieht. Eigenkapital an GOV, hier in dem Fall mit 500 Euro, das ist der Buchungssatz immer, wenn es sich um einen Verlust handelt, denn das Eigenkapitalkonto wird auf der Soll-Seite berührt, das GOV-Konto auf der Haben-Seite, entsprechend der Buchungssatz Eigenkapital an GOV. So, und zum Schluss in der Übersicht nochmal die beiden Buchungssätze. Diese gelten, wie gesagt, immer, wenn du gemerkt hast, du hast im Gewinn- und Verlustkonto einen Gewinn erwirtschaftet, dann hast du immer den oberen Buchungssatz GUV an Eigenkapital. Hast du einen Verlust erwirtschaftet, dann ist es immer der Buchungssatz Eigenkapital an GUV. So, und das war es mit diesem Video. Danach folgt nur noch ein Video, jetzt hast du es fast geschafft. Der Jahresabschluss ist fast erledigt. Es fehlen nur noch die gesamten Bestandskonten, die abgeschlossen werden müssen. Dazu im nächsten Video. Bis dann.